Das ist also der Zohn, James Bond. Kein Wundern, dass das Land untergegangen ist. Wir wissen, dass Sie Ende der 70er Jahre mit Ihrer Einheit im heutigen Oskar-Tschekistan operiert haben. Wir brauchen alle Informationen, die Sie haben. Das hält er so richtig am Arsch. Er will die Mission leiten. Außerdem möchte er die volle Westrente. Da mussten wir 25 Jahre drauf warten. Wie viel ist drin? Du glaubst, dass ich es nicht mehr drauf habe? Wir können doch nicht ernsthaft diese DDR-Rentner in die Operation involvieren. Werden wir den Flug überleben? Wir haben Werte wie russische Hammerwerfer. Die Gruppenratsvorsitzende da hinten, kommt die auch mit? Na ja, früher kam ja auch immer einer von der Partei. Die Gruppenratsvorsitzende da hinten, kommt die Boden. Ich bin sehr, wenn du in der Gäste für den Rettungsverletten da. Er hat sie nicht mehr auf den Drogen voran. Ich bin sehr, wenn du in der Gäste für den Gäste für den Gäste für den Gäste für den Gäste für Dismann. Wenn du in der Gäste für den Gäste für den Gäste für den Gäste, dann im Gäste für den Gäste. Untertitelung des ZDF, 2020